Naturagard bietet einen Beratungsdienst für Teiche an. Für einen Vortrag auf der Teich-Natur- und Gartenmesse im Naturagard-Park hat der Biologe Dr. Holger Kraus davon etwa 200 typische Wasseranalysen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen klar, wie typische Teichprobleme entstehen. Ich will Ihnen ein paar typische Beispiele nennen, die wir immer wieder finden, wenn wir solche Teichanalysen machen. Und eines der häufigsten Probleme, die wir haben, ist, dass es einen Nährstoffüberschuss gibt. Das heißt, Sie haben gar keine Chance, wenn wir es nicht vorher wissen oder nicht zwischendurch irgendwann erfahren, diesen Bergseekarakter in Ihrem Teich zu verwirklichen. Aber wenn wir wissen, dass in Ihrem Trinkwasser zum Beispiel schon relativ hoher Nitratgehalt ist, dann wissen wir auch, das wird nicht vom ersten Tag an funktionieren, dass das Wasser perfekt klar ist. Da müssen wir was ändern am System, ein bisschen was anpassen. Ich habe für letztes Jahr mal 200 Analysen einfach ausgewertet, die bei denen einfach alle Daten vollständig waren und habe solche Graphen hier daraus zusammengestellt für Sie. Und Sie sehen zum Beispiel für Ammonium, das ist ein Nährstoff, ein Stickstoff, eine Stickstofffraktion, die im Wasser vorkommt, dass bei 135 oder so ähnlich Teichen alles vollkommen in Ordnung war. Und dann kommt so ein Bereich in Gelb, ungefähr 20 Teiche, wo es so anfängt, dass es problematisch werden könnte. Und es gibt immerhin hier 30 bis 40 Analysen, bei denen das ein echtes Problem darstellen könnte. Das echte Problem lautet in meiner Analyse dann sehr hoch gegebenenfalls fischtoxisch. Das heißt, es kann sein, wenn Sie das Wasser einfach nur zusätzlich in einen Fischteich einleiten, dass die Fische sterben. Und der Unterschied zwischen gefährlich für Fische und überhaupt kein Problem ist sehr gering. Deswegen brauchen wir diese professionelle Analyse im Partnerlabor. Bei diesem Ammoniumwert ist es so, dass es besonders häufig in gestörten Teichen oder in ganz jungen Teichen, in Teichen mit Fischüberbesatz, und bei Ammonium kann man immer sagen, man kann heilfroh sein, wenn der Wert so niedrig wie möglich ist. Deswegen ist hier im unteren Bereich alles grün markiert. Im Gegensatz dazu gibt es Nitrat, sagt Ihnen vielleicht was, aus den Trinkwasseranalysen oder aus den Nachrichten der letzten Monate und Jahre, in denen immer wieder berichtet wird, dass die Qualität des Grundwassers immer schlechter wird. Was am Ende auch Einfluss hat auf die Qualität des Brunnenwassers, das Sie nutzen könnten, wenn Sie den eigenen Brunnen haben, um Ihren Teich zu füllen. Also da kommt aus Schweinegülle irgendwann das Nitrat ins Grundwasser. Wir reinigen das dann auf, das wird immer teurer und trinken das. Aber es ist eben nicht unbedingt für den Gartenteich geeignet. Sie sehen auf der einen Seite, dass es hier einen großen gelben Bereich im unteren Bereich gibt. Also sehr sauber bringt uns in dem Fall auch nicht weiter. Die Pflanzen im Teich sollen ja wachsen. Sie sind ja hier bei uns, weil sie keinen Swimmingpool wollten, sondern weil sie wahrscheinlich eher die natürlichere Variante von einem Schwimmteich oder von einem Fisch- oder Naturteich haben wollten. Wenn die Pflanzen also da drin wachsen sollen in irgendeiner Form, dann brauchen die was zu essen. Das sind Nährstoffe. Wenn da gar keine Nährstoffe drin sind, dann wächst da auch nichts. Der große Vorteil ist, dass das Wasser eine Zeit lang sehr klar ist. Nur schön wird das Ganze natürlich nicht. Wenn da keine Pflanzen sind, ist es nicht das, was Ihrer Vorstellung entspricht. Und dann gibt es erstaunlicherweise nur einen ganz schmalen Bereich. Also nur bei einem Dutzend Analysen waren wir tatsächlich zufrieden mit diesem Wert. Und dann gibt es irgendwo so einen Bereich, Sie sehen das hier an der blauen Kurve, wo die Werte plötzlich wirklich nach oben schnellen. Und diese Analysen sind tatsächlich kein Teichwasser, sondern das ist Brunnenwasser. Der ein oder andere Kunde schickt uns eben so eine Brunnenwasserprobe, weil er wissen will, ob das denn gut ist, dieses Wasser in seinen Teich zu schütten. Und da gibt es dann Fälle drunter, wo wir sagen müssen, ganz klar, das ist nicht gut. Für Phosphor gilt etwas Ähnliches. Sie sehen, es wird sehr kompliziert irgendwann. Ich will Ihnen das auch gar nicht antun. Ich will Ihnen damit nur zeigen, jeder dieser Parameter muss ganz anders behandelt werden und jeder dieser Parameter hat einen anderen Einfluss. Aus all diesen Informationen können wir eben ein Gutachten schreiben, das wir so aufbereiten können, dass Sie ganz klar verstehen und wissen, was schief läuft mit Ihrem Teich und was Sie tun müssen. Ein selten vorkommender Fehler, aber mit dem haben wir dann lange zu tun, ist ein kleiner Baufehler. Sie kennen das Vermörteln von unseren Teichen vielleicht inzwischen, wenn Sie hier schon ein bisschen rumgelaufen sind. Da gibt es heute auch regelmäßig Demonstrationen dazu. Das heißt, oberhalb der Folie wird nochmal eine dünne Mörtelschicht aufgebracht, um die Folie zu schützen. Das hat verschiedene andere Vorteile. Wenn man das so macht, wie es in der Anleitung steht, läuft das alles wunderbar. Es ist ein ganz tolles System, von dem wir ganz begeistert sind. Und in ganz, ganz wenigen Fällen und meistens, obwohl wir gesagt haben, an einem heißen Tag ist es keine gute Idee, das zu machen, wird es trotzdem gemacht, dann bindet dieser Mörtel falsch ab. Und dann beeinflusst er nachträglich den pH-Wert. Der lässt den nämlich nach oben schnellen. Und Sie sehen, man sieht es in der blauen Kurve kaum. Also da muss man dann schon wirklich genau wissen, wovon man redet. In diesem kleinen roten Bereich hier waren ein paar Fälle drunter, wo das eben schiefgegangen ist. Und dann ist der pH-Wert wirklich sehr weit ausgelenkt. Deswegen empfehlen wir immer, diese Analyse frühzeitig zu machen und bei jedem Schritt eben genau zu wissen, was man tut. Ein nettes Beispiel, würde ich Ihnen nachher noch mal ausführlicher an der Praxis erzählen, ist ein Pflegefehler, übertriebene Sauberkeit. Wir wollen Naturteiche. Die müssen leben. Die müssen eine Lebensgrundlage haben. Die müssen auch ein bisschen altern und die müssen ein bisschen Natur ansammeln. Es muss hier und da ein bisschen Mulm und Nahrung für Pflanzen und Tiere da sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn Sie das übertrieben sauber halten, dann kann ich das in Ihren Wasserwerten ablesen. Unter Umständen gibt es kein Kohlendioxid im Wasser. Was bedeutet das? Im Kohlendioxid ist Kohlenstoff enthalten und das ist das Grundgerüst für Pflanzen. Das ist der Hauptbestandteil in Pflanzen. Wenn kein Kohlenstoff zur Verfügung steht, dann können zumindest die Unterwasserpflanzen nicht wachsen. Wenn die nicht wachsen können, dann haben Sie einen Swimmingpool und eben keinen natürlichen Teich. Der Teich muss ein bisschen altern und muss ein bisschen Material ansammeln und dann wird die Situation irgendwann besser. Hier und da gibt es ein paar Algen, die Pflanzen fangen an zu wachsen und dann ist es ein System, das so langsam, man sagt dann im biologischen Gleichgewicht ist und anfangen kann zu funktionieren. Wenn Sie jetzt anfangen, so einen Teich penibelst sauber zu halten, dann machen Sie das Ganze wieder rückgängig. Und der Teich wird nie in ein Gleichgewicht kommen und wir können das eben an diesem CO2-Gehalt ablesen. así wie ich zum nächsten Mal. wir können das Ganze wieder rückgängig. Wie kann das Ganze wieder berwachsen? Das Ganze wieder rückgängig.